So und damit herzlich willkommen zurück bei Tomb Raider, Tomb Raider, Tomb Raider? Ich weiß es nicht. Wir schließen auf jeden Fall erstmal das Pausenmenü und gucken uns jetzt ein bisschen weiter um. Oh, hängen die hier so untätig in der Gegend um? Man weiß es nicht so genau. So, werden wir uns hier auf jeden Fall jetzt erstmal ein... Oh, Party on, ne? Darin sieht es auch nicht wesentlich besser aus. Oh, der Lely. Ja, das wird... Ja. Was ist das hier? Ich hoffe, ich kann hier trotzdem... Ja. Überhaupt nicht besorgen, es erregen die hier. Na ja, auf jeden Fall, es ist ja schon wieder zwei Tage her, seit meiner letzten Aufnahme-Session. Auch wenn das hier in der Playliste jetzt kaum auffällt. Ja, der Doofe bei Let's Plays ist ja immer, man spielt ja in der Zwischenzeit auch mal andere Spiele. Und da kann es dann zwischendurch auch schon mal passieren, ob man irgendwie mit den Tasten durcheinander kommt, beziehungsweise sich erstmal wieder an die Tasten-Kombination gewöhnen muss. Ja, darunter leide ich gerade so ein bisschen. Okay. Das Grab muss in den unteren Ebenen sein. Ich glaube nicht. Gräber sind doch immer oben. So, ich gucke mich hier erstmal um, bevor ich auf irgendwelche Knöppchen drücke. Ja. Der Aufzug steckt fest. Ja, hier gibt nichts, was ein Flammenpfeil nicht wieder reparieren könnte. Oh, Vorsicht. Stimmt, ich habe ja jetzt irgendwie Napalm-Pfeile oder so, ne? Ich muss irgendwie da durchkommen. Öh. Na klar. Ich bin auf der richtigen Spur. Ich muss den Aufzug nur mit mehr Frucht nach unten befördern. Finde ich gerade ungeheuer amüsant. Ohne speziellen Grund, aber okay. Weiter nach oben gucken kann ich jetzt irgendwie nicht. Oh, was? Achso, jetzt. Ach ja, okay. Ich muss nach unten und um nach unten zu kommen, muss man bekanntlich erstmal nach oben. Um den Aufzug mit mehr Frucht runter zu klatschen. Ein Tagebuch. Modizierung. Okay. Geben wir uns das Tagebuch doch erstmal. Oberkommando an Agent. Stop. Trinity ist besorgt. Stop. Beschaffung des Sternphänomens inakzeptabel. Stop. Sabotage der Operation der Achsenmächte unabdingbar. Stop. Macht Sinn, ne? Trinity. Ich wollte schon sagen, habe ich eine Kiste übersehen, aber nein, noch nicht. Ich muss nur noch drei lockern, dann ist der Aufzug wieder frei. So, ich habe jetzt auch mit Absicht nicht oder noch nicht auf den Knopf gedrückt. Was ist das denn, Blödsinn? Ja. Ja, komm, geh nochmal ein Stück weiter nach oben, Schwester. Ja. 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 So, den machen wir uns auch gleich. Ich muss die an... Komm schon. Komm schon. Alles klar. Obwohl ich echt nicht überzeugt davon bin, ist das, was ich gerade tue. So, was das Richtige ist. Aber okay, manchmal brauche auch ich so eine Minute. Ja. Peter? Ich will eigentlich diese Kiste haben. Ich muss nur noch drei lockern, dann ist der Aufzug wieder frei. Was? Was meint ihr jetzt mit drei lockern? Ja, pass auf, wenn ich jetzt hier um den Knopf drücke. Warum habe ich das Gefühl, dass die diese Zahlenräderchen meinen? Ich habe hier jetzt natürlich nicht drauf geachtet. Ich gehe einfach mal eine Etage weiter nach oben und drücke auf das Knöpfchen. Klick-i-di-klack. Na, komm mal schon. Ja, hier doch passiert hier von oben nichts. Deswegen gucken wir uns das Ding mal von unten an. Jetzt führe ich es nicht geahnt. Okay, jetzt habe ich verstanden. Man muss ja noch ein weiter nach oben und ich muss hierhin zurück. Gut, irgendwie so wird das dann funktionieren. Nein. Okay, irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe noch eine Sache übersehen, weil hier war gerade auch noch zumindest eine Kiste drüben. Zwei erledigt. Noch zwei. Na, hier. Wann ist da offen? Oh, ja, 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 ja. Okay, dann bleibe ich mal bei meiner Intuition. Jetzt erst mal hier hoch. Okay, dann kann ich den Aufzug bewegen. Ja, irgendwie muss ich da durch. Ja, bei so Rätseln bin ich immer so herrlich angespannt. Ne, seht ihr, da muss ich, glaube ich, irgendwie durch. Ich bin mir noch nicht sicher, wie. Ich will jetzt auch ungern da drauf gehen, aber ich versuche es trotzdem mal. Vielleicht bin ich ja schnell genug. Nee, irgendwie nicht. Nee, irgendwie nicht. Okay, von da aus wüsste ich auch gar nicht, wie ich da rumkommen soll. Kleiner Tipp wäre cool. Ja, 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 okay. Gut, Typ gefunden. Mehr oder weniger. Moment. Ne, weil das war dann ja korrekt. Dann müsste ich erst mal hier durch. Von außen. Und dann mich dann... Ach du Scheiße, während ich hier am Knopf drücke. Das ist doch wieder so eine... Okay. Aber ich glaube zumindest das Rätsel durch Schau zu haben, das ist doch schon mal ein kleiner Trost. Okay, komm noch mal runter. Ja, ja, ich glaube zu wissen. Hier ist es zu gewesen, ne? Ja, da komme ich nicht drüber, leider. Oh wie, oh wie, oh wie. Ich habe so das Gefühl, ich habe jetzt so eine richtig tolle Timing-Kiste wieder vor mir. Na, da muss ich rein. Beziehungsweise da dann an die Wand rum. Aufzug. Oh lala. Das macht ihr doch mit Absicht. Wie soll das bitte funktionieren? Okay. So. Schöne Sache. Ja, ich streue mich gerade hier so ein bisschen wegen dem Runterspringen, weil ich dabei nicht drauf gehen will. Kommt mir auch ein bisschen... Ich mache einfach, komm. Was sonst. Mädchen, drück aufs Knöpfchen. Tschüss. Tschüss. Schöne Sache. Oh shit! Oh shit! Hahahh& Schöne Sache! ja manche rätsel sind anders als andere aber wie gesagt ich freue mich immer wenn ich so ein ding durchschaue ich glaube das hat funktioniert hey eine riesige metallplatte versperrt uns den weg nach unten auf jeden fall gespannt was für gegner uns hier jetzt auch noch erwarten hier ist ja auch von den uni die rede und wir haben ja auch schon irgendwo irgendwie in ein gesehen gehabt ja 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 Wohohoho. Das war voll gut. schatzkiste waren das geschenke für die alten herrscher von jama tai oder hat hier eine schlacht stattgefunden keine ahnung sag du es mir liebes so schließen ich finde wir waren sehr sehr subtil während wir den leuten mit ins gesicht schießen ja und ich werde immer ruhiger und ruhiger fällt mir gerade selber mal so ein bisschen auf ich weiß auch nicht also die spannung ist gerade ok gefühlt gleich noch ein richtig komisches rätsel stattfinden ich habe doch was blinken sehen das was wir doch nicht nehmen auch zwar keine aber der vollständigkeit halber auch wenn ich die restlichen gar nicht jetzt eingesammelt hat okay das hier hat jetzt noch halten sie ich kann mir jetzt nicht vorstellen dass das so geplant war aber ok 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 wir gehen weiter und versuchen man nicht so kompliziert zu denken hier wo verdammt deckungsmöglichkeiten und munition ich habe da ein ganz mieses gefühl hier alles voll glaube ich jetzt einfach mal der direkte weg ist der beste weg erst mal schauen wir erst mal und hier abgeht ab 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 Bist du das? Warst du so eine Art General? Du hast Zeppokro begangen. Wieso? Es ist wunderschön. Und noch scharf. Es ist wunderschön. Und erlischt erst, wenn ihre Seele von der Erde befreit wird. Meine Sturmwache ist auf ihren Schutz eingeschworen. Aber ich kann nicht mehr. Die Seele in einem verwesenen Körper. Das ruft also die Stürme. Mhm. Klingt logisch, ne? Um es zu beenden, müssen wir die Leiche in der Ritualkammer vernichten. Wie zur Hölle soll ich das den anderen beibringen? Ja. 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 Vielen Dank.